Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen den Directors Cut von Death Stranding. Natürlich auf der PS5 das Gameplay auf Deutsch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und wir legen wie immer natürlich direkt los. Also sehen wir mal nach BB, hätte ich gesagt. Der war ja ein bisschen gestresst, der Kleine. Aber da scheint jetzt wieder alles Tutti Frutti zu sein. Und dann gehen wir mal direkt in die nächste Mission. Gucken uns das Terminal noch geschwind an, was es da noch so zu tun gibt. Da haben wir nämlich neue Daten. Da die chirale Symmetrie und Chiralium. Und Sachen im Handbuch interessieren uns nicht. Gut, die nächste Mission erwartet uns, nachdem wir ja so erfolgreich tatsächlich das letzte Mal die Mules gelootet und verhauen haben. Und ja, wie sollte es anders sein? Wir starten wie immer direkt rein. Also würde ich mich natürlich über deinen sofort in Form von Like oder trotzdem losem Abo sehr, sehr freuen. So. Wir müssten jetzt dann auch mal unsere Ausrüstung irgendwann ein bisschen verändern. Gehen wir mal in den privaten Spind. Lassen mal vielleicht eine Leiter da oder so. In den privaten Spind legen. Damit wir nicht immer so vollgepackt sind, wisst ihr? Die Stiefel sind bald im Arsch, aber wir haben noch Ersatzstiefel dabei. Und der Rest ist eigentlich okay. So ist gut. So sind wir gut unterwegs. So, wir haben noch einen Auftrag, der gerade läuft. Den gucken wir uns mal an. Beschaffe die Schnittstelle des Chiralendruckers aus dem Mule Briefkasten. Ist der Auftrag. Und das haben wir doch eigentlich gerade schon gemacht. Oder haben wir was vergessen? Nein, sagt mir nicht, wir haben was vergessen. Nein. Oder müssen wir das von hier besorgen? Alright, Leute. So wird ein Schuh draus. Was ist das denn hier? Okay. Okay, so wird ein Schuh draus. Also wir müssen von hier nach hier nach hier nach hier nach hier nach hier Also wir haben eine ziemliche Reise vor uns. Das doofe ist, wir können leider dieses Motorrad noch nicht nutzen. Warum auch immer. Das hätte ich ganz gerne gehabt. Da ist die Batterie, nämlich alle. Warteneinschränkung aufgehoben. So. Liken. Frachtmenü öffnen. Und da wäre jetzt die Frage Resine Können wir hier einen Three-Wheeler laden? Nachbrechen. Auch an den Three-Wheeler laden. Und der Rest wird automatisch angeordnet. Und ich kann aber mit dem Fahrzeug noch nicht fahren. Dooferweise. Weil die Batterie fehlt. Ich weiß aber nicht, was ich tun muss um Batterie zu kriegen. Also Wurscht. Wir müssen Wir müssen Wir müssen da lang. Wir müssen zuerst zu E Waffeneinschränkung aufgehoben. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Verteilerzentrum Ja Und wir müssen zuerst Ne Wir müssen zuerst zu A Okay Dann laufen wir zuerst zu A Let's go, go, go Denn wir haben einiges vor Ich bin gespannt, was auf uns bei dieser Reise erwartet Das ist eine neue Sendung mit nach Hause Briefkasten finden Fracht zurückklauen Ist ganz einfach Aber vorsehen Diese Typen sind bewaffnet Wenn das schief geht Musst du kämpfen Zum Glück wissen wir jetzt, wie kämpfen geht Hahaha Okay Unsere Schuhe halten nicht mehr lange durch Boah, ein bisschen geht schon noch Halb zu wild Hier wäre ein Saal gewesen Na super Vergiss nicht, Sam Ehe du dich dem Mule-Ablageplatz näherst Solltest du mit Hilfe eines Wachtturms prüfen Wo sich der Briefkasten mit unserer Fracht befindet Ja Mule-Ablageplätze sind selten Verlassen Musst also unentdeckt bleiben Verhalte dich unauffällig und bewege dich langsam und leise Okay Da haben wir schon mal den ersten Was steht hier? Wie to use Der führt uns quasi hier den Weg lang Ah Nice Am C gehen wir da nicht lang Da hinten müssen wir auch nicht lang Direkt hier reingehen Direkt hier reingehen Da ist dieser Minilbehälter Platt gemacht Hier ist der Kasten entriegelt Schnittstellen des Druckers Schnittstellen des Druckers Tippitoppi Auf dem Rücken tragen Auf dem Rücken tragen Können wir die Fracht nicht automatisch anordnen? Können wir Wir nehmen das Wir nehmen erstmal alles mit Stiefel Präsinen Kletterzeug Und jetzt Fracht automatisch anordnen Und bestätigen Mal gucken Wie wir jetzt von A nach B kommen Okay weiter geht's weiter geht's Alter sind wir vollgepackt Geisteskrank Das war dieser Weg hier Will to use Wie er so schön beschrieben hat Ja Wir sind schon am Laufen Go 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 Da verfolgt uns einer Weg mit dir Die Metalle zurück Scheil Und da müssen wir runter Bye bye Also einer hat uns tatsächlich angegriffen Okay Easy Tiger Dann Easy Das war schon ziemlich nice Wurde es aber nicht Eine Dienstleistungsbranche ohne Menschen Kam bei den Leuten einfach nicht gut an Also haben wir nach einiger Überlegung eigentlich Überflüssige Jobs geschafft Und sie Leuten gegeben Die auf sie angewiesen waren Und von da an wurde es immer schlimmer Jetzt gibt es diese Kulte von Frachtgeilen Bekloppten Die daraus anfangen Lieferungen zu klauen Diese Schakale lauern immer auf den nächsten Boden Aber du darfst das nicht sein Okay Ja Ich werde das schon nicht sein Ich muss nur die Lieferung jetzt rechtzeitig Und heil anbringen Uh Leute Wir sind so vollgepackt Ich bin nicht wie ein Esel Ja Anzug wird dekontaminiert Schuhwerk in schlechtem Zustand Austausch empfohlen Gute Reise Okay Haben wir das geschafft Nice Einmal alles abliefern Angeforderte Fracht Zeit den Chiralendrucker zum Laufen zu bringen Bitte danke Aber vertraue mir Es lobt sich Ausgezeichnet Die Einheit hat nicht einen Kranzer Ich wusste du würdest dich zu uns durchschlagen Easy Tiger Gut Gib mir all den Shit Esragen Brütsche Stiefel gekriegt Angesichts der Bedingungen da draußen Wahrscheinlich nicht besonders gut Nichts vermisst einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk Wenn du so weitermachst Ist es nur eine Frage der Zeit Bist du dich verletzt Okay Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen Standardausführung von Bridges Sollten dir also gut passen Okay Haben wir immer Wenn du es vergisst oder Probleme hast Kannst du an einem Terminal in einer unserer ein Dann können wir ein neues herstellen Alles klar Schuhe haben wir Rüste deine TCs aus Und halte dein Kreis nach unten gedrückt Um sie auszuwählen Dann können wir eine Brücke bauen Okay Schön So Einmal die ganzen Sachen Wir sehen uns Wir sehen uns Ciao Kakao Man könnte unsere Beziehung zu ihm Mit der eines Urmenschen Zum Feuer vergleichen Wir sind Urmenschen Mit dem Feuer Ich spule dir mal ein bisschen vor Weil das dauert nicht zu lange Ich will hier die anderen Sachen auch noch abgeben Liefern Hä Ich habe doch die andere Fracht Achso Okay Dann nehme ich einen neuen Auftrag an Drei Stück Es gibt drei neue Und ich denke Ich beginne mit dem Windpark Das ist super Ich frage mich nur Wann wir auch mal Dann weiter dürfen Also In der Story sozusagen Windpark nehmen wir mit Wir nehmen alle Aufträge mit Komm Zack 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 Wir haben den Plan für eine Brücke In dein TCK geladen Okay Okay Einfach auf den Rücken tragen Alles umladen Fracht automatisch anpassen Fast Wir sind ready Aufbrechen Der ist gut am Schleppen der Arme Alter Der ist richtig gut am Schleppen der Arme Auftrag zugewiesen So Verbinde Port City Da müssen wir hier zu diesem Windpark Da können wir einfach gerade drüber laufen Easy Tiger Let's go Ich liefere die Stromversorgungseinheit Ich liefere die Stromversorgungseinheit Es wäre immer geil, wenn ich Stromversorgung für meinen fucking Motor aufkriegen würde Wo müssen wir hin PSA Entfernung 1000 Meter Mann, 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 Mann Da haben wir einiges vor uns Direkt mal mit einer Runde schwimmen beginnen Oh, da wird viel Das ist schon nur verloren Komm Junge Sieh Wir sind schon wieder abgestützt Ich würde so gut um nach links So ist gut So ist gut So ist gut Okay 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 Wir haben nichts verloren auf dem Weg dorthin Schön Easy Tiger Wollte schon immer mal Eine Runde schwimmen gehen da Go, go, go E-Mail Frachtzustand, Klasse und eine Botenklasse Ja, wahrscheinlich hat sich wieder irgendwas verändert Zeit für ein neues paar Schuhe Schuhe zerstört Wie kann ich denn Schuhe ausrüsten? Äh Ne Verteilerzentrum Ne Hier Mühlstiefel Wir nehmen die zuerst Stiefel Stiefel sind die besten Freunde des Booten Coole Trophäe, die wir da gekriegt haben Unsere Stiefel sind wieder top Wir klettern hier fröhlich Fröhlich hoch Als wenn es nichts wäre Als wenn es nichts wäre Also einfach so kommen wir da nicht hin Das ist nicht einfach Aber wir schaffen es Die Silber kriegt jetzt wahrscheinlich die Totalkrise Wegen mir Weil ich einfach so einen falschen und einfach so einen geraden Weg gehe Anstatt ein bisschen außen rum und unten lang oder sowas Aber man gönnt sich ja sonst nichts Aber man gönnt sich ja sonst nichts Komm Kletterjunge Zack Ab auf den Rücken damit Hast ja noch nicht genügend Gewicht Da geht noch was So, klettern 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 Kletterjunge So ist grad Da drüben ist A Ihr wisst ja wer A sagt Muss auch B sagen Also am schnellsten komme ich eigentlich voran, wenn ich irgendwie fast hinfalle und am stolpern bin Ich frage mich, ob ich mit dem Motorrad da einfach überall drüber heizen kann Ruhig Ruhig Brauner Da müssen wir lang Ich habe so ein Gefühl Ich gehe jetzt mal nicht an den Felsen weiter lang, sondern da unten Ich habe so ein Gefühl Geländeskimmer Ja, ich habe so ein Gefühl, dass wir da lang gehen sollten Hier außen rum Hier 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 sollten wir lang gehen Hier gibt es auch gleich wieder bestimmt Geister Da habe ich schon so ein Schild gesehen Da habe ich schon so ein Schild gesehen Da ist unser Target Geister Hier geht es auch noch Hier geht es auch gleich Hier geht es noch ein Schild Ich glaube nicht, dass wir den Schild Was haben wir hier so Feines? Ich lass mal ihn gleich da. Da hat er sogar Musik eingebaut. Witzig. Hoch der Finsternis. Okay. Also da sind wir richtig asozial. Cool, da hat er eine Leiter hingebaut. Mega. Was ist das hier? Da kann man ausruhen. Mal das schöne Wetter genießen. Schultern massieren. Okay. Das ist ja witzig. Das ist ja was ganz was Neues. So, aufstehen. Hoch und weiter. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Leiter hier. Kriegt noch ein Light. Der kriegt auch noch ein Light hier für die Leiter. Das ist ja mega cool. Das ist ja mega cool. Das können wir jetzt scannen mal ein bisschen. Wir müssen hier runter noch. 500 Meter. Alter. Wir haben gerade mal die Hälfte des Weges geschafft. Ist das Geisteskrank oder ist das Geisteskrank? Regnet. Wind. Ätzend. Erstes Mal hingefallen. Der Wind ist zu stark. Okay. So. Siehste. Ich habe lieber nicht meine Schultern massiert. Die jetzt weich massiert. Deswegen können wir jetzt nichts mehr. Ich habe hier. Ich werde jetzt hier. Okay. Okay, die sind jetzt hier. Die sind jetzt hier. stopp, 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 da haben wir noch was zack, hab auf den rücken damit, jawollo, so und wo müssen wir hin? da müssen wir hin, noch 300 Meter ich würd sagen stopp, stopp, oh mein gott, oh mein gott, nein, das ist grad nicht wirklich passiert heilige scheiße heilige Mille ok ja genau und jetzt sind wir auch noch im feindlichen Gebiet hier, oder wie? ach fick dich, alter kann ich meine Fracht nicht anders anordnen? kann ich meine Fracht neu anordnen? Fracht so, automatisch anordnen ok Fracht automatisch anordnen, dankeschön so ist es besser alter Vater Leute, wir haben echt ein Problem, wir haben echt ein Problem, ein fucking Problem kann halt echt sein, dass wir es nicht schaffen oh oh ok wir werden das in der nächsten Folge machen müssen ob wir es schaffen oder nicht es sind nur noch 300 Meter das werden wir erst in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden, meine Lieben oder meint ihr, wir sollen noch weitermachen? was sagt die Zeit? 30 Minuten scheiße ich geh hier weiter schnell machen leise weg hier link von uns ist noch einer ah da wie viele sind denn da? ist ja richtig unangenehm und weg hier oh fuck you ah, ich sollte sterben ich sollte sterben ich sollte sterben ja komm, verfolg' uns ja komm, verfolg' uns ja komm, verfolg' uns hier wir brauchen die Fracht, Leute wir brauchen die Fracht, wir müssen abschütteln wir müssen abschütteln schüttel' dich ab schüttel' dich ab schüttel' dich ab schüttel' dich ab schütt' dein Speck komm, Junge ja 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 wir haben's geschafft omg okay komm, wir machen das jetzt noch fertig, Leute scheiße wir müssen uns kurz ausbauen Alter, krasser Shit Richtig krasser Shit, Leute Das war kurz vor knapp gerade Ganz, ganz kurz vor knapp Sag ich euch Alter, wie viel Meter haben wir noch? 200 Meter Come on, no risk, no fun Schön leise sein Okay, genau falls Mal hier klettern Wir müssen laufen Das hilft nix, Leute, wir müssen laufen Wir müssen laufen Nein, nein, nein Und wir sind tot Oh nein, fuck you Oh nein, fuck you Was ist das denn? Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier? Unser Baby ist fast tot Das ist unser ganzer Scherzloot Ich greife mich irgendwelche komischen Wale an hier Guck dir das an Was ist das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott, Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Ich verstehe das Spiel nicht mehr Ich meins ernst, Leute Wir sind so kurz vorm Ziel Nimm das alles mit Nimm das alles mit Ich brauche die ganze Fracht Nein, ich bin nochmal hingefallen Du darfst Nimm jetzt das Zeug mit Lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf Holy shit Scheiße, Leute Was war das denn? Holy fucking moly Wir müssen dann noch erstmal die ganzen Sachen reinigen Holy shit Verstehen bleiben erstmal Können wir irgendwas reinigen? Wir haben diesen Reinigungsspray, oder? Reparaturbehälter Reinigungsspray L2 zielen und sprühen Wie kann ich die Sachen dann alle ablegen erstmal? Ich weiß es nicht Mir ist das jetzt alle scheißegal Ich gehe jetzt einfach rein Alter Wir sind richtig im Arsch Dass wir überhaupt angekommen sind Ist ein Wunder, Leute Das ist ein Wunder Holy shit Das ist ein Wunder, Leute Danke Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum Über das hier alle Netzwerke mit Strom versorgen können Und vielleicht auch andere Orte Hoffen wir, dass unsere Elektrizität in UCA hilft Darf ich mal sehen? Toll Alles ist intakt Alles ist intakt Ich weiß das zu schätzen Ich glaub's ja nicht Mehr Glück als Verstand haben wir Ha 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 Und was kriegen wir noch am Ende dafür? Ein A-Rang Okay Leute Richtig krasses Level Richtig krass Danke für den Support Lasst gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da Und ich sag tschüss Und bis zum nächsten Mal Was hat das da gehört? Apollo desconmord . ? 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 Die Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur Verfügung stehende Bandbreite. Boah, Leute, richtig krass. Okay, damit haben wir das nächste angeschlossen. Unglaublich, unglaublich krass. Und ich sage vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.